Ja, dann sind wir nämlich fertig. Egg the Egg on Mountain. Ah, die Klappe. Ups, falscher Knopf. Frutz. Brenne! Land, Brenne! Alles soll brennen! Es soll alles brennen! Ach, warte, was mach ich denn hier? Alles soll brennen! Du sollst brennen! Ihr sollt brennen! Ich geh jetzt nochmal zurück, weil ich... Weil ich doch gerne eben die Kombination wissen möchte. Hab ich nämlich nicht im Kopf. Für das Herabee ein. Brenne, du Schild! Ja, Brenner! Haha! Aha, Brennerhaus! So, das geht mal her. The Dark Secrets and Mysteries of Pokémon. Do you really want to read it? Ja. Round and round, the pass away of the egg. Das schreibe ich mir mal eben auf. Links, hoch, rechts, hoch, links, hoch, rechts, hoch. Okay. Alles klar. Verstanden. Ab geht's. Ich weiß gar nicht, ob sich das pro Spieldurchgang ändert. Jedenfalls. Ah, Brenne! Brenne! Uh, Brenne! Haha! Haha! Brenne! Haha! Ah, Feuersbrunst! Brenne, Porenta! Haha! Haha! Voll brutal! Ach, was schön! Wir beenden jetzt das Let's Play. Es gibt nichts mehr zu tun. Es reicht jetzt. Wir haben maximal Knete. Alles wurde aufgefrischt durch unseren Besuch. Wir gehen jetzt und holen Cerebi aus dem Ei. Und es soll uns zurückbringen in unsere Welt. Wir haben noch... Das coole ist, wir haben noch so einen Trank. Ey, ach du Scheiße. Ehrleck. Guck mal da jetzt! Wir haben einen halben Pokéball Schaden gekriegt. Warte, ich will cool sein. Visasar und Kokuna. Kommt beide her. Oh, Cerebi liegt da oben. Mein Gott. Geh mal hin, Junge. Halt die Klappe. Halt die Klappe, hab ich gesagt. Guck mal, jetzt darfst die Kokuna. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr, jetzt nicht mehr, jetzt nicht mehr. Jetzt wohl, jetzt nicht mehr. Naja. Einmal die Instrumente spielen. Die 8 Orden. Sie kaufen den Klappe Bottom. Bis zum nächsten Mal, die구요. Und durch das Zeilen geacht worden sind wir würdig, den Champ zu besuchen. So, Thomas, komm, Celebi away, Sandor the Egg, Huthut! Huthut mich auch. Huthut ist kacke, Junge, weißt du doch. Celebi's Egg, wir kommen zum Champion Battle. Aber der Champ wird nicht mehr durch die Top 4 bewacht, nein, wir müssen ihn suchen. Links, hoch, rechts, links hoch, und nochmal rechts hoch. Okay, wir sind ja ausgerüstet bei unseren Sachen. Auf geht's! Der Champion Battle erwartet uns. Ja, der Champion möchte auf dieser Insel bleiben, aber das werden wir verhindern. Na komm, Junge, was willst du? Was willst du tun? Der fängt ja mit der Scheiß vor, Mann. Zack, ach, Puder. Oh, schon fertig. Hihihi. Was machst du jetzt? Ach, jeh, der Scheiß. Ja, komm. Aganem, Aganem. Aganem Verschnitzler. Aganem Verschnitzler. Ich glaube, wir müssen fünfmal treffen, oder? Oder viermal, dreimal haben wir ihn ja schon. Ah ne, viermal war ich hier. Okay, Aganem ist auch weg. Na, was kommt jetzt? So, der ist auch weg. Ich glaube, jetzt kommt Ganon, oder? Hey. So, da ist auch weg. Nächster bitte. Jetzt kommt er selbst. Da brauchst du bei dem Feuerstab. So. 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 Da ist auch weg. Und jetzt kommt Big Boss himself. Und ich meine, wie gesagt, der Blattreiter reicht uns hier. Ein ordentlicher Schlag mit dem Boomerang. Wenn wir ihn richtig treffen, ist er weg. Na komm, macht das Eugleine auf. Jawoll. Ha 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 ha. So, hau ab, Junge. Der Sieg ist mein. Ich bin der Beste. Mit Kokuna und Bisasam. Wir haben voll gewonnen. So. Und jetzt gucken wir uns das Ende an. Ich hoffe, Serebi sieht auch cool aus. Und wehe, das ist der Windfisch. Ey, was ist das denn? Warum sind wir Link? Iiiiih, das finde ich ja scheiße. Warum ist das denn so? Nein, wir sind nicht Link. Verpiss dich Noctur, wir wollen den Champion zu tun haben. You have defeated the Knight. Ich hab den Champion besiegt. Ich bin jetzt der Champ. Weißt du, wir haben seine Poks besiegt. Den Wurm, den Ganon und sowas. Ja, ja. Der Champs hatte starke Poks, aber wir waren besser. Und wehe, das ist gleich der Windfisch. Ey. Hau ab jetzt, wir wollen das nicht wissen. Interessiert doch keinen. So, Windfisch. Es ist der fucking Windfisch. Was ist das denn? Abuuu. I am Serebi. Schlippt gar nicht. Es ist der doofe Windfisch. Oh, ich bin enttäuscht. Ja. Ähm. To all Pokemon in the future of the world will be safe. No one will ever know for sure how many Pokemon there are. But you do know that there are. Let's 2150. Aha. And I am the last one to find. Aha. Come Thief. Let us go to the future now. Aha. Ja. Es ist das 251. Pokemon, aber 250 gibt's nur. Ja. Ähm. Mittlerweile gibt's ja 700. Gott weiß ich wieviel tausend Stück. Ja. Im Endeffekt ganz nettes Game. Nee, eigentlich nicht. Die Grafik, okay, die ist natürlich unglaublich. Ja. Die ist halt so nachempfunden. Ich meine, die Sträucher und Bäume sind okay. Äh. Äh. Hörer Pilzquum. Ähm. Schade, dass die Sprites nicht durchdacht sind. Ich meine, für Professor Eich hätte man mit Sicherheit einen Sprite finden können, machen können. Wie für den Pokemon Trainer. Ähm. Und so andere Sachen wie einen Sprite für Serebi raussuchen wäre ganz cool gewesen. Die Eule zum Beispiel verändern. Das hier verändern. Die ähm. Ähm. Tempel auch wirklich in Arenen umwandeln, finde ich. Wäre ja auch schon das Mindeste gewesen. Da war es ja nur die erste, die erste Arena. Und der Rest war einfach ganz normal. War auch nicht wirklich cool. Also ich muss sagen, äh. Ich muss es nicht nochmal zocken. Ist das jetzt. Ich habe mir mehr von erhofft, sagen wir es mal so. Und das spulen wir jetzt einfach vor, weil das kein Schwein interessiert. Naja. Ich hoffe, ihr hattet vielleicht ein bisschen Spaß und ein bisschen Spaß dabei. Und wir sehen uns beim anderen Let's Play wieder, Leute. Bis dann. Euer Duran verabschiedet sich. Ciao. Bis zum nächsten Mal.